Hallo und herzlich willkommen hier zu Far Cry Primal. Wir laufen in die falsche Richtung. Moment mal. Ne, jetzt sind wir richtig. Ja, wir erkunden jetzt hier so ein bisschen die Gegend. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir jetzt so die Karte aufdecken. Stück für Stück. Stück. Da vorne ist ein Bär. Den umgehen wir mal ganz dezent. Oh, das ist gut. Der ist jetzt erstmal beschäftigt. Und wir können uns jetzt hier verduften. Und zwar verduften wir uns so, dass er uns nicht riecht. Der war schlecht. Ne, so schlecht war er gar nicht. Ja, wir gehen da jetzt hoch. Oh, 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 oh. Das ist Mitteleuropa. Da ist es doch normalerweise schön warm. Die Betonung liegt allerdings auf normaler Weise. Ja, ich habe schon... Ich habe hier schon ein bisschen vorgespielt. Und habe da oben eine Höhle entdeckt. Da gehen wir jetzt erstmal hin. Jetzt müssen wir da erstmal hoch. Ja, ja, die folgen uns jetzt erstmal nicht. Ja, bewerft uns, bewerft uns. Wir wechseln hier jetzt diesen Enterhaken zur anderen Seite. Ja, ist ja gut, ist gut. Ihr macht mir ja nichts. So, dann geht es erstmal da hoch. So, als nächstes laufen wir hier rüber. Und da gibt es wieder einen Greifhaken. Jetzt lassen wir hier einmal los. Gehen da hoch. Laufen über den Baumstamm rüber. Und müssen da nochmal die Wand hoch. Da. Moment. So. Diesen Ton oder Nordstein nehmen wir noch mit. Das geht. Das kriegen wir noch hin. Diesen Ton. Jetzt geht es erstmal da hoch. So. Mal gucken. Okay, da brauchen wir es erstmal nicht hoch. Das heißt, jetzt gehen wir erstmal da hin. Kommen wir da hoch. Da ist ein Feuer. Mit anderen U-Dams. Und wenn das nicht da ist, ist es doch. Ja. Winja. Ich Winja. Und ihr kaputt. So. Wir sind hier erstmal wieder warm. Jetzt nehmen wir hier mal alles mit, was die hier so haben. Fleisch. Tridra. Tralala. So. Jetzt können wir hier in diese Höhle rein. Und da ist es schön warm da drin. Da gibt es auch ein Feuerchen. So. Ja. Nur so kurz zur Information. Das hier sind so Höhlen. Speer können wir gar nicht mehr mitnehmen. Okay. Das sind Höhlen, in denen wir einfach Unterschlupf finden. Und es sind wirkliche Labyrinthe. So steht es da dran. Nein. Ach. So ein Mist. Ne. 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 Nochmal mache ich das nicht. Ne. 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 Lass mal stecken. Ne. Ne. Das machen wir nicht so. Nein. 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 Wir gehen jetzt erstmal zu diesem Typ. Dann müssen wir aber erstmal hier hin mit dem Schnellreiseteil. Schnellreiseteil ist gut. Und müssen erstmal zu dem. Wo ist er denn? Genau. Zu diesem U-Damm gehen wir jetzt. Und dann machen wir erstmal dem sein Lager kaputt. Wir können hier wechseln. Und zwar die zweiarmige Keule. Können wir glaube ich dazu sagen. Oha Mammuts. Oh. Jetzt werden wir auch noch verfolgt. Ich glaube die dürften uns ja nichts tun. Wenn wir denen nichts tun. Genau. Die können sie jetzt erstmal mit den Wülfen ein bisschen rumärgern. Und wir gehen erstmal hier zu diesem Typ. Ja ja. Ihr lebt nicht mehr lang. Dafür sorge ich. Ja. Dann machen wir es halt so. Ja was willst du denn jetzt von mir? Ah. Jetzt reicht es mir. So. Jetzt haben wir erstmal dein Licht ausgeblasen. So. Diesen Nordschwarzstein nehmen wir erstmal mit. Und jetzt müsste es da hoch gehen. Ja ist gut. Ich zünde hier mal was an. Oha. Aber jetzt. Das ist nicht nett. So. Jetzt wird es hier erstmal Zeit. Stecken wir erstmal alles in Flammen. Da hat es schon einen Wolf. Können wir halten. Ja komm wenn du ein Problem hast. Ja das hast du jetzt. So. Wer nicht hören will muss fühlen. Das brauchen wir ja nicht mehr. Seltenes Weiß-Werwolf-Fell-Dingens. Bums. Jetzt muss es da ja irgendwo hoch gehen. Da geht es wahrscheinlich hoch. Okay nirgends ein Enter-Haken. Wir können uns nirgends einhaken. Ich glaube wir dürfen da hoch laufen. Ja das geht so mit Ach und Krach. Also das sieht jetzt ja nicht so frisch aus. Dann müssen wir da nochmal zurück laufen. Wobei das macht es jetzt auch nicht besser. Ne wir müssen schon da so rüber zu dem. Anders geht es ja gar nicht. Anders geht es ja gar nicht. Vielleicht können wir da ja irgendwo hoch. Ich gehe mal stark davon aus. Ja. Vielleicht kommen wir auch so hoch. Müssten wir gucken. Ja so kommen wir hoch. Bin ich mal gespannt was da passiert. Ja gucken wir jetzt einfach mal. Wir können uns hier nirgends hochkrallen. Das hier sieht schon mal gut aus. Zum Aufwärmen. Ja komm zum Aufwärmen ist das genau richtig. So dann können wir da nämlich hoch laufen. Wärmen wir uns erstmal auf. Und dann holen wir uns diesen Typ. Da gucken wir erst noch. B für Bestienmenü. Am besten den Weißwolf. Ja da bist du ja. Gut. Okay wir haben Ort entdeckt. Da ist der Feind. Wollte ich gerade mal sagen. Gucken wir mal da hoch. Okay da ist so ein Verstärkungsruf-Dingens. Da können die ja Verstärkung rufen. Das müssen wir glaube ich kaputt machen. Genau zerbrechen. Genau zerbrechen. Oha. Gut. Gut. Oh cut. Takedown. Gut. Der geht nicht. Ach, müssen wir den so down machen. Komm. Erstmal heilen. Die werden wir schon irgendwie alle down kriegen. Das wird jetzt ja echt ein Spaß. Das wird echt schwierig. Alter, wir haben keine Chance. Keine Chance haben wir. Hei, 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 hei. Müssen wir nochmal gucken. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Jetzt gucken wir erstmal nach unserer Bestie. Am besten ist es schon, wenn wir hier einen Takedown machen. Das ist gut. Das heißt, ich würde ihn einfach mal anrennen. Und kein Takedown machen. Ja, Uhara. Gib ihm Uhara. Schnell zurück, zurück. Irgendwohin. Oha. Das ist wirklich schwer. Achso. Das ist auch ein Bencher, ein Gefangener. Das wird schwierig. Aber das kriegen wir irgendwie hin. Kriegen wir irgendwie hin. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Dann werden wir uns erstmal hier mit dem Takedown, beziehungsweise nicht mit dem Takedown, sondern einfach hier mal mit einem Volltreffer killen. Und zwar voll ins Gesicht. Wobei, wir werden jetzt erstmal versuchen, das Horn kaputt zu machen. Wir machen erst das Horn kaputt. Takedown, komm. Was muss ich tun, dass ich einen Takedown machen kann? Oh. Was bist denn du hier für einer? Zack. Schnell wieder weg. Heilen. Heilen. Kaputt. So. Schnell wieder weg. Dahin. Heilen. 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 Und der Nächsten. So kommen wir, glaube ich, gut voran. Okay. Schnell wieder zurück. Heilen. Das kriegen wir hin. Das kann ja nicht so schwer sein. Das kann ja nicht so. Oha. Das ist jetzt natürlich ein Ding. Sobald die hier Verstärkung rufen, Prost Mahlzeit. Oha. 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 Nein. Sobald die Verstärkung rufen, hat man verloren. Oh, Scheiße. Das ging eigentlich ganz gut. Aber sobald die halt Verstärkung rufen, hat man eigentlich verloren. Diese einen Typen, wo da losgerannt sind, die haben bestimmt die Verstärkung geholt. Das kann ich mir jetzt gut denken. Gut. Bis jetzt haben die uns wieder entdeckt. Bleibst du hier? Na warte, ich krieg dich. Oh, ich krieg dich. So. Jetzt bin ich gespannt, ob die jetzt trotzdem die Verstärkung in der Nähe rufen. Scheint so. Oh. Oh. Tschüss. Okay, jetzt können wir hier erstmal wieder hoch. Dann nehmen wir die Hardcore-Keule. So. Oh. Gut, heilen, heilen, heilen. Ach, Takedown. Ich weiß nicht, wieso wir manchmal kein Takedown machen können. Vielleicht können wir auch hier mal diesen Weißlöwen herholen. Der kann uns bestimmt so indirekt helfen. Wenn er nicht schon weg ist. Spannung steigt. Zack. Schnell weg. Oh je. Oh je. Das wird wirklich ein Spaß. Das wird ein Spaß. Aber ich glaube, das ist gar nicht so übel. Das ist schon ein bisschen lebensmüde, was ich da mache. Wobei, ein bisschen ist ja gut. Oha. Oh. Ja, komm. Hey, wo sind die jetzt? Alter Schwede. Okay. Wenigstens kriegen wir da jetzt immer einen Pfeil. Das ist doch schon mal was Gutes. Halt mal, was ist das denn jetzt? Bist du bescheuert? Puh, wir haben schon eine Menge getötet. Gut. Alter, das ist ja... Scheiße. Aber wir sind gar nicht schlecht. Ach du. Oha, schnell zurück. Oha, weg, 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 weg. Das ist schon so ein kranker Typ. Ach, das ist der da. Okay, zur Hälfte ist er tot. Den kriegen wir noch kaputt. Ja, es wird gefährlich für dich. So, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen. Beziehungsweise ein bisschen zu entspannen. Feierabend. Zack. So, noch Fragen. Pfeil anzünden. F. Nee, Z. Sag jetzt blöd. Das war gar nicht der Endboss, oder? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Rotblatt. Da oben ist er doch. Vielleicht war das einfach nur so ein Vorschiff. Können wir gut vorstellen. Oh, je. Oh, je. Wo ist denn der? Och, was soll das denn jetzt? Okay, das klingt flott. Nicht mehr anzeigen. Mal ist dieser Fernseher schon ein bisschen blöd. Feierabend. War's das? Ja! Wir haben's geschafft. Leck mich am Arsch. Oha, ich will gar nicht wissen, wie lang dieser Part geht. Junge, Junge, Junge. Du gehörst mir. Danke. Da. Da Krauhadan, Wajda. Krauhadan. Krauhas. Wajda. Mal Shasar, Kwan. Udaha, Mal Shasar. Udaha, Kwan. Ninja Damshan, Kwan, da. Uma's Krauhadan, Daha, Dachai. Vorsicht. Jawoll, wir haben es geschafft! Ja, wie der geht dieser Part? Wo ist sie, Ball? Ja komm, da ist keine Chance. Ja, vielen Dank fürs Zusehen, neuer Rohstoff wird in einer Belohnungslage freigeschalten und dann sage ich einmal bis zum nächsten Mal. Da hat sich dein Dorf angeschlossen. Dankeschön dafür und bis dann.